Eine unsaubere Aufwärtsbewegung, wie wir davon profitieren können, wie wir das traden können. Das erfahrt ihr in diesem Video. Hallo Leute, wer kennt es nicht, der Markt läuft, Shopee, das bedeutet unsauber, seitwärts, aufwärts, in einem Channel. Das ist das Nervigste, was es gibt. Warum? Jede Kerze umschließt die vorherige zu einem Großteil. Weil das ist, was Trading angeht, eher kritisch. Warum? Weil der Markt halt sehr, sehr, sehr unsauber dadurch ist. Immer wieder umschließen, was bedeutet das. Alles, was hier an Limit Orders abgehandelt wurde und an Market, hier kommen wieder neue hinzu, 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 hier kommen wieder neue hinzu. Das heißt, alleine in dieser kleinen Range von ein paar Punkten, waren wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rotations, vielleicht noch 7 plus das, was noch davor war. Das heißt, zeitlich gesehen waren wir sehr lange auf einer sehr kleinen Fläche. Das heißt, der Markt ist irgendwann ausgelutscht und tot. Das führt natürlich dazu, dass Bewegungen eher so mehr sind und man muss aufpassen, wie man das tradet. Wie kann man denn sowas traden? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir können High Volume Breakout traden oder wir können mit Front Pushing zum Beispiel reingehen. Dynamische Sachen, wo man dem Markt hinterherläuft, ist immer eher kritisch und würdig von abgeraten. Das heißt, normalerweise würden wir in so einer Bewegung auf den Pullback warten und dann reingehen, das wäre immer das Beste, weil wir haben ein klares Level, wir haben ein klares Minimalziel, wir haben einen klaren Stop. Das heißt, man kann alles besser abschätzen. Gehen wir in so einer Phase rein, wissen wir natürlich nicht, wo dreht der Markt, wo tut er sich schwer. Und das ist halt sehr klassisch für die aktuellen Märkte. Das heißt, man muss, damit man weiterhin erfolgreich traden kann, seine Gewinnziele und auch sein Trading immer wieder an die aktuellen Märkte anpassen können, damit man nachhaltig oder dauerhaft erfolgreich bleibt. Das bedeutet, wenn wir solche Phasen haben, können wir keine Trades machen, wo wir sagen, jetzt bleiben wir zwei Stunden drin, ziehen den Stopp nicht nach, warten einfach mal, was passiert. Das macht halt keinen Sinn. Das heißt, desto unsauber der Markt läuft in kleineren Ranges, desto kleiner müssen auch unsere Targets werden und wir müssen uns anpassen. Das heißt, in solchen Phasen wie jetzt, vier bis sechs Ticks Bewegung, das heißt, zwei bis drei Ticks im Worst Case mitnehmen, im Best Case vier bis sechs, das ist so das, an was ihr euch quasi gewöhnen müsst. Das ist etwas mehr als ein Punkt teilweise nur, was man mitnimmt. Anders geht es aktuell nicht. Das heißt, bei jeglichen Breakout, alles was wir traden, Front, Pushings, egal wo wir reingehen, müssen wir immer damit rechnen, dass der Markt nur kleine Bewegungen macht. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel diese Bewegung hier nehmen und wir sehen, der Markt wird hier stark gehalten, wir haben starkes Front Pushing und wir wollen den High Volume Breakout traden, dann kann es passieren, wenn wir gut sind vielleicht, dass wir hier reinkommen. Sind wir sehr gut, kommen wir hier rein. Sind wir schlecht, kommen wir hier rein. Und dann schaut mal, eins, zwei, drei, vier, fünf Ticks, dann kommt die Korrektur und wir nehmen das nochmal ein, zwei Ticks raus. Das heißt, wenn ihr langsam seid und gierig seid, seid ihr hier ziemlich lange, plus, minus, null, zwei, drei Ticks im Plus und dümpelt hier dann rum und dann kommt der Markt irgendwann runter, ihr werdet ausgestoppt, wart im Peak vielleicht sieben Ticks im Plus. Das ist kein guter Trade. Wenn ihr aber von vornherein wisst, der Markt wird scheiße, es ist eng und ihr kommt hier rein und ihr sagt eins, zwei, drei, vier, seht ihr, dass ihr hier oben noch eine reelle Chance habt, aus dem Markt rauszukommen, weil ein Tick höher der Markt noch angehandelt wird. Das heißt, ihr seid zu 100% raus. Und ihr habt vier Ticks mitgenommen, ihr habt keine Backticks in dem Fall, habt also einen Bomben Trade, der nur ein paar Sekunden dauert. Und das ist das, wie man aktuell traden muss. Kleine Targets, anpassen an das Marktverhalten, ansonsten seid ihr in solchen Seitwärtsphasen oder wie der Markt allgemein läuft, verloren. Das ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges, was ihr als Trader lernen müsst, was für eine Charaktereigenschaft und was für ein Skill ihr besitzen müsst, dass ihr euch an solche Bewegungen anpassen könnt, wenn Märkte nicht gut laufen. Das ist essentiell wichtig, wenn man tradet. Darum erkläre ich euch das, welche Anpassungen ihr vornehmen müsst. Man kann nicht die ganze Zeit dasselbe traden. Man muss immer und immer und immer wieder sein Trading anpassen an die Märkte. Das funktioniert nicht immer nur dasselbe. Natürlich, wenn man Footprint-Verständnis hat und versteht, wie die Märkte laufen, dann kann man auch immer und immer wieder natürlich gleichartige Trades machen. Das ist auch alles okay, das gehört mit dazu. Aber man muss trotzdem seine Gewinntargets und alles, was man hat, immer und immer wieder anpassen. Und das ist halt extrem, extrem wichtig. Deswegen wollte ich euch das erklären, worauf ihr achten müsst. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Wochenende. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.